So damit hallo und jetzt willkommen zu einem etwas anderen Info-Video. Und zwar wollte ich euch nochmal meinen Kanal, TheLP05, den hatte ich später schon mal, äh, früher schon mal gezeigt, ähm, nochmal näher erläutern oder zeigen, dass es den jetzt immer noch gibt, also der ist nicht tot. Sondern ich habe jetzt vor, diesen Kanal wieder aktiv zu betreiben, ähm, Links davon in der Beschreibung. Aktuell hatte ich bisher nur zwei Videos drüber und, äh, da hatte ich eben so Meinungsvideos über die Wii U, den Need for Speed 2 One gemacht. Das wird auch weiterhin hier passieren, da werde ich weiterhin auf diesem Kanal so Meinungen über bestimmte Produkte oder, äh, Spiele, Konsolen oder sowas. Oder wenn es irgendeine News rausgekommen ist, werde ich hier raushauen und meine Meinung dazu äußern, das wird eben unter LPNs Meinung laufen. Und, ähm, wenn es eben andere Sachen sind, ich werde jetzt eben auch auf diesem Kanal Vlogs machen, die werde ich eben nicht auf meinem Main-Channel, TheLP05 machen, weil da soll halt Gaming bleiben. Vlog ist, äh, die FAQs sind da die, FAQs so, sind da die Ausnahme, dass die auf dem Kanal kommen. Der Rest, wie Vlogs und sowas, wird jetzt eben hier auf der LPN05 kommen. Hier wird halt ein bisschen mehr mit der Webcam gearbeitet, hier werde ich ein bisschen mal rausquatschen, was mir einfach so einfällt. Hier wird auch ein paar mal häufiger in der Woche ein Video kommen, also hier nicht regelmäßig, sondern so wie ich Lust und Laune habe, wenn mir irgendwas einfällt. Und, äh, wäre cool, wenn ihr auf diesem Kanal abonnieren würdet. Und, ähm, ja, da erfahrt ihr ein bisschen mehr. Werdt auch vielleicht mal so hinter die Kulissen machen, wenn ich irgendwas habe oder sowas, was cool ist. Auch mal wieder zeigen, wie ich hier zocke oder sowas, mit der Kamera oder sowas zeigen, wie man hier also aufnimmt und allem möglichen Scheiß. Also alles, was ich auch in meinen LPs drehe, nur wenn ich hier keine Spiele zeigen, wegen Copyright und sowas, das kann ich hier halt nicht. Und, ähm, ja, hier wird halt Vlogs kommen, wie halt meine Meinungsvideos, ein bisschen was hinter die Kulissen, alles mögliche halt. Also, wäre cool, wenn ihr reinschaut. Ich bin der 5, haut rein und, äh, hoffentlich wir sehen uns hier auf dem Channel wieder. Bis dann, ciao. Vielleicht wird heute auch der erste Vlog kommen. Das denke ich mal, dass ich das heute noch hier kriegen werde. So, jetzt haut rein und, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.